Mehr als 100 Corona-Patienten können bei Bedarf im neuen Hilfskrankenhaus im bayerischen Ebersberg behandelt werden. In einer ehemaligen Schulturnhalle. Diese wurde für den Ernstfall umgebaut. Sobald die Kreisklinik kein freies Bett mehr hat, werden Patienten, deren Versorgung mit Sauerstoff genügt, hierher gebracht, sagt die Leiterin des zuständigen Krisenstabs Brigitte Keller. Wir hoffen, dass wir die Klinik nicht in Betrieb nehmen müssen, aber wir sind vorbereitet, wenn es passiert. In gerade einmal zwei Wochen wurde die Dreifach-Sporthalle umgerüstet. Die verstellbaren Betten sowie die von der Bundeswehr bereitgestellten Sauerstoffflaschen sind nur geleast, nicht gekauft. Aus einem einfachen wie auch optimistischen Grund. Wir haben das alles sehr früh geordert. Diese Dinge sind alle geleast, natürlich nicht gekauft, weil wir hoffen, dass die Krise wieder vorbeigeht und dass wir die Dinge dann auch zurückgeben können. Am Samstag hatte der Landkreis Ebersberg über das Ableben eines 81-jährigen Corona-Patienten informiert. In der Kreisklinik würden derzeit 18 Personen wegen einer Infektion mit dem neuartigen Virus behandelt. Fünf davon müssten beatmet werden und befänden sich auf der Intensivstation. Untertitelung des ZDF für funk, 2017